Oh, oh, alles wickelt, alles wickelt. Und tot. Wie er noch ein Movement eingebaut hat. Der habe ich schon gehört. Luschenka, Luschenka, was hast du gemacht? Mama hat gesagt, nicht scheißen auf euch. Und nun bin ich tot. Wow, top Spawn, top Zeit, 42,5 Minuten noch. Bin ich ja richtig gut gespawnt hier. Herr Wein, grüß dich, Gumbel, grüß dich, check, check. Halt mal hoch, bye, check, check, check. Check, save öffnen, check. Oh, Euros, check. Wollaus, check. Rubels, check, Rubels, check. Nein, das geht ja nicht. Was mache ich hier? Ach so, 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 und. PC, check. Äh, können wir nicht mitnehmen, kacke. Weiter geht's, komm schnell. Save, check. SSD, sehr nice. Rubels, nice. War das nicht, check. Ja, eigentlich schon. PC, check. Serverboards, nice. Alter. Oh, da draußen. Da randet doch jemand. Nur ein Arbeitskollege, nur ein Arbeitskollege. Schüsse aus dem Ressort. Sollen sie sich dort den Schädel einschießen? Soll mir recht sein. Ich brauche aber noch einen Rucksack. Guck mal, gucken, gucken, ob hier jemand bereit ist, mir seinen Rucksack zu geben. Äh, da lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. Weiter, weiter, weiter. Da steht einer mit Rucksack, aber hm, ich glaube, ich kann den Rucksack nicht ernten, weil Oh, du Customs aus, Fans Passage. Weil mir dann der andere Skeff gleich den Schädel wegschießt. Skeff wiegt unten am Pier. Und wir nähren uns mit schnellen Schritten. Oh, mir wird geschossen. Oh, ein Schuss eintrifft. Der ist zusammengesackt wie ein nasser Sack. Da war noch einer, glaube ich. Ich glaube, es waren zwei. Der andere hat sich verpisst, was? Naja, komm schon, zeig dich. Zwei Skeff-Brüder, was? Auf Retour, da wollen Schorlein unsicher machen. Da habe ich euch schon mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da ist er. Nein, oh Mann. Ich hätte einfach schießen sollen. Oh, ja, mich hat ein Spieler erschossen. Und ich habe einen Spieler gekillt. Leider habe ich nichts davon. Was für ein schönes Wetter. Angenehm. Bestes Tarkov-Wetter. Gleich am Ressort. Die Besucher. Wohlfühl-Atmosphäre. Wohin das Auge blickt. Freunde hier unten in der Tankstelle oder Busbahnhof im Wetterraum oder was das hier sein soll. Lauter Freunde, nette Gesichter. Oh, oh, alles wickelt, alles wickelt. Nice. Und jetzt sind sie wieder voll beschäftigt, die Jungs. Gucke ich mir mal eurem toten Kumpel an. Wart ihr das? Gut besucht erladen. Kann man echt sich nicht beschweren. Mir schon überlegt, ob ich mal hier eine Kneipe aufmache. Mit Wodka. Was? Good job, Jungs. Wir sehen uns. Ich hau ab. Tschüss. So. Aufrichtungsgefüge. Auch vorher noch mal einen Blick hier riskieren. Hallo? Hallo? So, da sind wir wieder. Wäre mir das mit dem PMC passiert, wäre ich komplett ausgeflippt. Dann hätte ich hier den Computer in tausend Stücke geschlagen. Alles kaputt. Katroschen. Vom Tisch gelatscht. Oh, schön, dass ich nichts mitnehmen kann. Kein Scaf hier, der mir seinen Rucksack spendet. Kleiner Rucksackspender. Oh hier, was haben wir denn da? Die kann mit. Oh, da liegt noch einer. Bessere Weste, was? Mist. Hätte ich den mal zuerst gefunden. Oh, den haben sie schon geschröpft. Ja, und dann laden wir die zwei Kisten und dann machen wir uns auch langsam mal in Richtung Ausgang. Oh, Steps. Da kommt leider gerannt. Oh, er schoss wie ein Wahnsinniger um sich. Bin mich aber auch noch gut getroffen. Äh, ich brauche Bandagen. Hast du welche dabei, Kumpel? Bitte sei doch so nett. Hab die Güter. Es wird hier mal besser und besser und besser. Was mir die Leute hier so bringen. Rucksack sogar. Aber wir machen uns jetzt aus dem Staub. Tremor scheint wohl jetzt unser ständiger Wegbekleiner zu sein. Ruind Road. Road to Customs fällt aus. Ruind Road ist unser... Und dann haben wir schon ein paar Heats verpasst. Aber er will nicht umfallen. Schon wieder ein paar Treffer passiert. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Nee. Alter. Ey. Der hing ja am Leben wie eine Klette. Und schon wieder sehe ich aus wie ein Flickenteppich. Ach ja, ich hab ja... Ich hab ja schon ein Armored Rig. Das behalte ich auch. Gefällt mir besser als das runtergeschossene Teil von ihm. Medizinische Produkte. Sehr schön. Rauchgranate. Ui. Das Magazin nehme ich natürlich mit. Langsam schlägt's aufs Gemüt. Muss ich mal so sagen. Treffer. Oh, er mich auch. Ey, das war doch ein Headshot. Wenn du mich fragst. Und tot. Wie er noch ein Movement eingebaut hat. War schon clever, muss man ja sagen. Aber ich glaube, naja gut. Weiß ich nicht. Hätte klappen können oder so. Aber ich hab gewonnen. Oh, Mosin gegen Mosin sogar. Uiuiui. Hat mir trotzdem ordentlich eine gedrückt. Ich hab Beschwerden. Quatsch, wo ich die Maske hintun wollte. Shit. Warum muss das denn so? Ach, der Magen ist weg. Mein Magen kann ich nicht wieder reparieren. Oh Mann, mach hin. Wir müssen uns doch beeilen. So, Rucksack schnell. Na dann, weiter geht's. Schrimp. Schrimp. SB 10. Sagt mir nichts. Hört sich jedenfalls nicht schlecht an. Die Munition noch nicht so im Kopf. Gerade so die Pistolen-Munition. Pistolen spiele ich so selten, aber... Die Schrimp, von der hab ich schon gehört. Oh, schnell nachladen. Kommt, Kanada hin. Wer hat da kann? Ist er weggelaufen? Ne, da liegt er. Da liegt der Übeldäter. Nehme ich gern mit. Johnny, oh Johnny, es tut mir so leid. Mein herzlichstes Beileid, kleiner Mann. Mann. Hallo. Mensch. Jetzt. Nichts verkommen lassen hier. Oh, hat er gute Munition geladen. Ui. So. Emilia auch noch mit. Das mag jetzt komisch sein, aber ich möchte nicht diesen Rucksack mit diesem Warnknopf da hinten auf dem Rücken. Da sieht dich ja jeder Blinde mit Krückstock zehn Meter gegen den Wind. Und dann, weiter geht's. Und dann, weiter geht's. Aber es geht ja jeder. Und dann, weiter geht's. Vielen Dank.